Äh, bin jetzt aber weg. Ich wünsche noch einen schönen Stream. Dankeschön, und schön, dass du da warst. Ich vergesse diesmal, dass in Deutschland am Karfreitag Feiertag ist. Habt ihr keinen Feiertag am Karfreitag? Ich hasse es ja, dass das Spiel so träge ist zum Original. Das stimmt, ja. Also Crash braucht hier tausend Jahre, bis er sich mal rumgedreht hat. Schreiben uns, Nadine, und guten Hunger bei euch bei Meckis. Grüß dein Freund. Ah, scheiße. Zwei Sekunden verbaselt. Okay, das war nice. Wenn man schon keinen Unterwasser-Aku kriegt, also einen Super-Aku, fände ich das ganz nice, wenn man dann quasi einfach noch eine extra Maske hätte oder so. Ach, schade. Ah, der Super-Flash-Crash. Hallo. Ne, Österreich hat nur Ostermontag frei. Okay. Ich war beim Burger King heute. Habe dort Eis gegessen. Hm. Haben die auch mit Karamell? So ein Karamell-Hütchen. Das hat noch funktioniert. Die haben auch mit Karamell. MacDonalds-Eisbeste. Ach, Stahlos. Hallo. Hallo. Ich bin. Ach so. Muss einem ja auch gesagt werden, dass man da, dass das die rote Edelsteinrute ist. Nein, 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 nein! Dieses... mag das nicht. Bleib doch nicht dahin, du Spacken. Das ist the last one. Das war vom Ende. Ich habe beim McDonalds noch nie probiert, das Eis dort. Glaubst du, Mac ist nicht immer zwei verschiedene Eisdinge. Mac Flurry und das kleinere, dessen Name mir entfallen ist. Das Mac Sunday ist das, glaube ich. Ich weiß nicht, ich stehe irgendwie... also ich esse dann lieber ein Eis vom... Das sind richtige Eisladen, die das in der Waffe verkaufen. Das mag ich lieber. Was sind eure Lieblings-Eissorten? Ich mag... Also wir haben hier... bei unserem Eisladen haben wir... Ähm... Der verkauft hin und wieder... verkauft er so Dark... ne extra... extra Dark, nennt sich das. Das ist so richtig schön dunkle Schokolade, so richtig schokoladig. Das ist lecker. Das mag ich sehr gerne. Ansonsten... ähm... Lass mich überlegen, was gibt's denn da noch? Da gab's auch mal, ähm... Joghurt-Mandarine. Finde ich auch super lecker. Joghurt an sich ist lecker, Zitrone ist auch geil. Aber was ich auch voll, voll gerne esse... Bei so einem... Äh... Spaghetti-Eis. Da ist ja unten unter dem... unter dem Vanille-Eis... Ist ja immer... äh... noch Sahne. Die ist ja... da sind ja meistens so gefrorene Stückchen drin. Die liebe ich. Ich könnte auch einfach nur so... vorne Sahne essen. poor dog. Fuck. 'd you, boy? Wee Joanna? Biss... Wee Joanna? von richtig italienischem Schokoeis, wenn mir das zu bitter ist, müsste ich auch als Teilitaliener eigentlich schämen für. Hinter mal weg, Sachen einkaufen. Okay, wünsche dir viel Spaß und ich hoffe, es ist nicht so viel los. Und auch Dankeschön, dass du da warst, habe ich glaube ich gar nicht gesagt. Ich war heute kurz vorm Stream noch einkaufen. Ich war auch wieder auf dem Markt. Ich hatte ja schon auch, kann ich ja vielleicht auch mal erzählen, ich habe ja auch auf Twitter schon geschrieben, dass ich vorgestern, war ich ja auch nochmal einkaufen, vorgestern war ich ja einkaufen und da hatte ich, bevor ich losgegangen bin, hatte ich schon voll Bock auf den Apfel und ich bin eigentlich allergisch auf Äpfel und deswegen habe ich mir vorher eine Allergietablette eingeschmissen, damit ich dann schön einen Apfelsügel nehmen kann. Dann habe ich mir dann beim Kaufland gekauft und habe ihn dann direkt auf dem Weg gemampft. Das ging gut vor. Dann war ich am Dienstag, war ich auf dem Markt in der Stadt und da habe ich gesehen, dass die Äpfel haben, die für viele Allergiker keine Probleme, also die sind quasi Allergiker-Äpfel. Und da habe ich dann einen probiert, ohne Allergietablette zu fressen und das hat funktioniert. Und dann habe ich gestern noch einen Apfel gegessen von der gleichen Sorte und hat auch funktioniert. Und jetzt habe ich heute nochmal sieben neue Äpfel gekauft, weil Dennis will wohl auch Äpfel essen und ja, kann ich wohl wieder Äpfel essen. Kann sein, dass das mit meiner Hyposensibilisierung zu tun hat, kann aber auch sein, dass einfach die Äpfel gut sind, oder? Kann auch beides zusammen... Oh nein! Kann auch sein, dass beides da rein spielt. Die Hyposensibilisierung und die Äpfel. Hat der Apfel denn genauso geschmeckt wie ein normaler? Ja. Ah ja, nicht wundern, wenn du gleich in Discord von mir bombardiert wirst mit Warlock-Texts. Okay. Ah, ich glaube, ich bin sogar noch online in Discord, kann das sein? Egal. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Wusste ich auch nicht. Und deswegen hatte ich erstmal... Ich glaube, ich hatte vier Stück oder so gekauft. Hätte es nicht funktioniert, hätte ich einfach wieder Kuchen gebacken. Aber jetzt habe ich mir die Zeit gar nicht angeguckt. Egal. 1,15! Acht Sekunden! What the... Ja, das Blöde ist halt diese Funktion mit dem View. Diese hier ist scheiße. Also hier ist das sicher. pleasing die Augen. 2,15! Wo ist das? 2,15! 1,15! 2,15! 1,15! 2,15! 2,15! 2,15! É. 2,11! 1,15! Vielleicht müssen wir doch das nächste Mal das Level hier machen, weil ich wollte jetzt hier nicht noch so viel Zeit reinbuttern, weil wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Boah, dass sich das Ding berührt, das ist so unnötig. Aber das lief jetzt hier schon mal ganz gut, wäre jetzt ganz nice, wenn ich die beiden Artlos nicht verlieren würde. Da hätte ich so rüberschwimmen können, ne? Nein, falsche Taste gedrückt. Vielleicht bin ich jetzt auch schneller. Nein, das wäre so einfach gewesen, das hätte so gepasst. Das heißt, ich werde das Renngefährt da oben entsorgen wahrscheinlich, weil es mit dem hier schneller geht. Los, los, los! Los! Was ist das? Ah, okay, das war gut. Da hatte ich Glück gehabt. Nein. Platin! Direkt BÄÄM! In your face! Ah! Ah! So. Spannend fand ich auch, dass solche Allergien teils einfach vergehen. Meine Mutter zum Beispiel war allergisch auf Äpfel und bekam immer einen juckenden und roten Hals. Seit ein paar Jahren ist die Allergie aber anscheinend einfach weg. Ja, bei mir sind die Lippen angeschwollen und auch teilweise der Hals angeschwollen. Und das juckte halt auch alles. Ist aber irgendwie Kreuzallergie. Also ich bin ja nicht nur auf Äpfel allergisch. Ich bin, kurz gesagt, auf Stein- und Kernobst. Also Äpfel, Pflaumen, Pfirsich. Also alles, was irgendwie so Kerne innen drin hat. Außer Weintrauben. Ansonsten eigentlich so fast eigentlich. Könnte ich eigentlich jetzt auch mal ausprobieren. So, halt so anderes Zeug. Anderes Obst. Ob das jetzt mittlerweile wieder geht. Ja. Aber ich bin, pollentechnisch bin ich, glaube ich, allergisch auf Frühblüher und Gräser. Also dagegen werde ich momentan hyposensibilisiert. Auch nicht mehr lange. Ich glaube nur noch ein oder zwei Monate, dann ist das rum. Ja. Äh, umgekehrt zum Beispiel geht's aber auch. Wenn man zum Beispiel keine Laktoseintoleranz hat und für einige Zeit keine Milchprodukte mehr zu sich nimmt, kann man auf einmal Laktoseintoleranz sein. Okay. Ich muss Gold holen. Nee, machen wir gleich Platin. 1,8 wäre Platin gewesen und gleich einfach mal schneller sein. So, okay. Dann, äh, ja, wäre Crash. Crash. Crash für heute durch. Ähm, dann machen wir das nächste Mal weiter. Das ist nämlich schön, weil, ähm, wir haben eigentlich so, wow, schon 30% hinter uns gebracht. Ähm, hat noch keiner den Cam-Delay angemerkt? Doch, hat schon jemand angemerkt. Ich wollte das jetzt nach Crash ändern. Das war nämlich in... Es wurde schon, äh, ja, angemerkt. Und, ja. Ähm, ja. 30% haben wir schon. Das ist der Wahnsinn. Wir speichern. Und, äh, ja. Dann hoffentlich sehen wir uns, äh, ja, beim nächsten Part. Äh, wieder. Ich hoffe mal, euch hat es gefallen bis hierhin. Und, äh, ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.